Hallo, hast du schon mal Yoga praktiziert? Hast du vielleicht Lust bei uns mitzumachen? Wir drei sind hier online für dich verfügbar. Vielleicht hast du ja zu Hause in deinem Wohnzimmer Lust mitzumachen. Es ist egal, ob du alt oder jung, ob du dick oder dünn, Mann, Weib, Einschränkung oder nicht, egal, es gibt für alles eine Option. Wir versuchen hier, die Patricia hat schon ein bisschen Erfahrung, die Eva noch gar keine. Und wir drei würden dich einladen, hier das Online-Modul Yoga vom BIK zu nutzen, um zu Hause ins Yoga einzusteigen. Und vielleicht hast du ja auch Lust, in ein Seminar zu kommen bei uns. Wäre ganz schön, wir würden uns freuen. Was meinst du, bist du dabei? Wir freuen uns. Namaste.